Der neue Boss ist ein ähnlicher Herrscher. Ich hatte keine Ahnung, dass er unter der Maske steckt. Okay. Was war das jetzt? Okay, das war aber einfach nur so. Mein PC hatte wohl gerade Lust dazu. Alter, sind die viele. Hi. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja, ja, das ist doch voll. Oder ich stütte den einfach jetzt. Hart. Aua. Ja, genau, komm. Aktiviert doch gleich alles. Was ist denn los mit denen? Was, die aktivieren alle so? Ja, komm. Jetzt holen die auch tausend Dinge, um mich runterzuballern. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin doch einfach nur ein normaler Mensch. Zack. Zack, er ist tot. Ahem. Wo ist los, sorry. Wenn wir in Schläge können Leute kaputt. Beziehungsweise tot. Hier steckt ja die nur... Oh, was ist los. Weil der ja ein Gesetz ist, die toll ist. Und zack. So, jetzt sind da oben noch welche. Ich würde mal sagen, das hack ich mal eben. Okay, dann hack ich das mal eben nicht. Hier kann ich durch. Ey, hier ist eine Stempel-Uhr. Ich stempel mal hier. Klick. Wollen wir da irgendwas? Ne, sieht man nicht, wer... Wen das fast gehört. Alter, hast du Geld. Alter. So viel Geld würde ich auch von mir rumliegen haben. Das wäre auch wohl schön, ne? So. Wenn ich hier jetzt die Tür öffne, sehen die mich direkt. Die sehen mich direkt, ja. Richtig, die sind voll die bösen Bogen. So. Ich muss den Zugangscode für diese Tür finden. Wie finde ich den denn? Ich habe mir gesagt, ich bin ein Bösen-Bösen. Okay, ich suche hier jetzt mal ein bisschen rum. Aber ich brauche hier einen Zugangscode für die Tür. Kann ich hier mit ihm was machen? Ups, 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 äh. Nein, so irgendwie. Nein. Auch nicht, okay. Hm, mhm, mhm. Ja, öffnen bringt mir jetzt auch nicht viel, glaube ich. Oder bringt mir das irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Hallo. So, Zugangscode. Was ist das denn hier? Okay, ihr seid einfach nur irgendwelche... Janus... Cheater? Kosmetik. Zugangscodes. Irgendwas hat das hier doch zu tun bestimmt, ne? Hm, hm, hm. Auf jeden Fall Zugangscodes. Ich höre nochmal. Hallo. Verdammt. Verdammt. Ähm. Ich weiß grad nicht, wie ich das machen kann. Ich hab grad ehrlich gar keinen Plan. Hä, 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 hä. Zugangscodes für die Tür. Wo versteckt man sowas denn normalerweise? Ich geh erstmal ableveln. Äh. Hm, was mach ich denn? Ich mach jetzt mal das hier. Dann hab ich das nämlich frei. So. Zugangscode für eine Tür. Diese Vortex im Moment. Kann ich irgendwas von der Dings rausfinden? Vielleicht kann ich sowas rausfinden. Maybe. Radio vom Volk für das Volk. Die heutige Nacht würde ich gerne mit einer Lesung von... Oh. Das ist nichts. Kein Signal geortet. 0, 0, 0. Wie hoch geht das? Bis 1000? Barosend. Okay, das bringt jetzt auch nichts. Ähm. Welche denn solche Kack-Informationen? Da oben ist was. Kann ich hier irgendwo hinschießen? Warte mal. Ich kann ja mich mal auch mit dem... fernlinkbaren Batarang... durchsuchen. Okay, hier. Hier oben ist nix. Hier kann ich wieder nach draußen. Doll. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Nein. Und Kette Batarang. Äh. Achso, kann ich dir hinzugucken oder was? Warte mal eben. Okay. Ähm. Warte mal eben. Ich kann ja mal irgendwas gucken. Okay. Das sieht irgendwie nicht koscher aus. Hm. Bin gerade ehrlich zu blöd dafür, ne? Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Wow. Das hat richtig viel gemacht. Pracht. Ähm. Warte, bin ich gerade ehrlich so doof? Bin ich gerade ehrlich so hart doof? Was ich jetzt ehrlich nicht finde? Oder ist es halt irgendwo draußen? Komm. Geh jetzt mal kurz nach draußen. Eigentlich müsste es ja drin sein. Und eigentlich müsste ich irgendwas mit den Kameras machen, aber... Damit kann ich ja nix machen gerade. Und das Triegebiet. Suche das Stahlwerk. Das tu ich doch gerade, Mann. Also es muss drin sein. Es muss ehrlich drin sein, der Scroon's Code. Nur wo? Nur wo, nur wo, nur wo? Denn ich hab kein Niveau. Ha, 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 ha. Warte mal. Das ist jetzt gerade dein Ernst? Wie kann ich das denn aufmachen? Also ich hatte Schluss vor dem Schrank. Der kann mir doch nicht so angezeigt werden. Irgendwas musste doch sein. Irgendwas muss damit sein. Ganz sicher. Wenn das schon so angezeigt wird. Leck mich mal. So. Irgendwas muss damit im Schrank sein. Komm schon. Ich, ich... Ich bin gar drahtlos. Ich wette mit euch, wenn ich mir gleich irgendwie ein Video angucke, wie das geht. Und wo ich lanken muss. Den leg ich mir auch nur so. Warum kommst du da nicht selber drauf? Warum bist du selber so dumm? Warte mal. Warte mal. Ich konnte die bewegen. So. Du wirst dich ja von selbst. Hehe. Hier noch irgendwas? Nein. Aber es geht ja auch hier hoch. Und da lang. Ich seh das von hier noch 90 nicht. Kann ich... Ich muss ja eigentlich einen anderen Eingang finden. Ne, warte mal. Bin ich eigentlich behindert? Nein. Ein Schleswig der Fledermaus wird durchlöchert. Das Ding ist vollautomatisch. Nicht der Weg. Funktioniert es wirklich? Glaub mir, es funktioniert. Nein. Nein, explizit für Vogelverspringen ist doof. Nein. Das ist genau wie diese Szene in Horrorfilmen, wo du weißt, dass das Monster vorm Haus lauert und wir sind die armen Schweine, die im Haus festsitzen. Nein, Kumpel. Wir sind das Monster. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Haha. Ich bin behindert. Ich bin ehrlich behindert, ne? Habe gar nichts drauf. So, jetzt habe ich es doch gefunden, meine Güte. Das ist genau wie diese Szene in Horrorfilmen, wo du weißt, dass das Monster vom Haus lauert. Und wir sind die armen Schweine, die im Haus festsitzen. Nein, Klobby. What the fuck? Das kann doch gar nicht sein. Komm. Und du hältst jetzt die Schnauze hier. Warum bin ich eigentlich nicht eher drauf gekommen? Komm schon. Das kann doch nicht sein. Weißt du, ich komme immer so spät aus so einem Scheiß. Das ist Rauchdichte. Ich will mich aber nicht weiter daran stören, den jetzt zu töten. Komm, jetzt kloppt doch nicht auf den scheiß Spacken rum, der da super hart gepanzert ist. Batman, was ist denn los mit dir? Ich dachte, du bist klüger. Nein. Nein, Batman. So, hier rüber. Hier auch noch rüber. Dann den direkt schlagen. Nein. So. Zack. Jetzt kommt der noch. Und jetzt kommt der noch. Ich habe irgendwie so eine Taktik, dass ich immer den stärksten am Ende nehme. Ich weiß gar nicht warum, aber mache ich irgendwie immer so. Das war eigentlich gar nicht so schwer. Ja, nur ich war dumm. Ich muss diesen Computer hacken, um an den Zugangscode für die Tür zu kommen. Ja, könnte sogar sein. Alfred, ich lade gerade Daten von Black Mask Servern hoch. Ich brauche Codes für eine Sicherheitsstür bei der Laderampe. Daten werden übertragen, Sir. Ja. 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 Okay, Zugangscode gefunden. Janus Sicherheitsgedöns. Ich kann hier direkt runter, ne? Ja. Dann haben wir das auch geklärt. Dann, ich habe es sogar geschafft ohne Hilfe. Ich habe in Sionis Daten Hinweise zu einer chemischen Substanz gefunden, um die der ihrer Klebergranate ähnelt. Ich würde versuchen, sie in unserem Labor herzustellen. Wenn es funktioniert, habe ich schon bald einen Prototypen für Sie. Gut, den kann ich brauchen. Je mehr ich über den Joker herausfinde, desto klarer wird mir, dass irgendwas an ihm anders ist. Ach. Irgendwas an ihm ist anders. Das merkst du aber schnell, Batman. So. Jetzt mal hier das Hacken. Was kommt denn da raus? Chemisch. Chemisch. Ja. Nein. So, Passwort akzeptiert. Chemisch war jetzt nicht so das schwere Passwort. Ach so. Was war das? Hätte man selber herausfinden können? Hilfe? Wo, wo, dead. Okay, öffnen. Dann weiß ich ja schon mal, dass hier irgendwas ist. Ich weiß zwar nicht was, aber hier ist was. Warte mal. Hier kann ich doch. Ja. Das war meine Lagerbucht. Jetzt habe ich Enigma-Daten. So, Datenpaket habe ich auch noch gefunden. Also, das ist das Datenpaket. Äh. Hier kann ich nicht langen. Hier kann ich die Tür öffnen. Ich herbebel Loser. Ach so.